Redundant Arrays of Inexpensive Disps, also redundante Reihen von billigen oder nicht teuren Disps und das ist entsprechend das Kapitel 38 aus dem Ausgebuch. Vielleicht ein bisschen zur Einführung, Festplatten gehören, das wissen Sie wahrscheinlich, zu den langsamsten Komponenten in einem Rechner und wenn eine Festplatte ausfällt, dann sind auch die ganzen presentierten Daten darauf verloren, das haben Sie vielleicht auch schon mal im eigenen Live erfahren. Ganz wichtig, passiert Ihnen natürlich nicht, wenn Sie ein Backup haben, aber das ist jetzt hier gar nicht der Punkt und was ich gleich auch noch erwähne ist, ein RAID ist kein Backup, das werden Sie hoffentlich auch, wenn wir jetzt hier gleich durch sind, verstehen. Warum ein RAID System kein Backup ist. Die Platten als langsamste Komponente macht sich jetzt gerade auch bei den Next Gen Spielekonsolen bemerkbar, wo ja aus Performance Gründen alle Hersteller, sowohl Microsoft als auch Sony, von Festplatten auf SSD wechseln, um dadurch einfach nochmal wesentlich schneller zu werden. Und das macht zum Beispiel auch einen riesen Unterschied, was die Programmierung angeht. Also wir hatten das vorhin ja schon mal angesprochen aus Betriebssystemsicht, aber so eine Änderung der Hardware kann tatsächlich auch nochmal auf die Programmierung eine Auswirkung haben. Und zwar ist es so, dass wenn Sie Spiele programmieren und da sind Assets drin, also Grafiken, die Sie rausladen, dann werden die Stand heute auf den Datenträgern oder auf der Platte so angeordnet, dass Sie die Daten teilweise redundant da drin liegen haben. Und deswegen haben Sie ganz oft auch so unheimlich große Spiele, weil diese Assets mehrfach da drin liegen. Warum? Dass ich die entsprechend sequenziell lesen kann, weil das haben Sie jetzt schon gelernt, sequenziell von der Platte lesen ist das schnellste. Wenn Sie jetzt plötzlich eine SSD reinstecken und Sie eigentlich auf alle Sektoren gleich schnell zugreifen können, weil diese ganze Mechanik jetzt wegfällt, dann kann ich eigentlich meine Daten genau einmal ablegen, weil es dann egal ist, wo die liegen. Das heißt, da kann ich jetzt plötzlich Speicherplatz sparen, weil ich das nicht mehrfach hinterlegen muss. Was uns jetzt aber interessiert, also nicht die Programmierung, sondern wie kann ich jetzt ein großes, schnelles und auch zuverlässig Speichersystem schaffen? Von außen betrachtet sieht ein RAID aus, erstmal wie eine ganz normale Festplatte und zwar wie eine Festplatte. Intern besteht so ein RAID jedoch auch aus einem höchst komplexen System, also nicht nur die Festplatten, die aufgebaut sind, sondern auch was die Controller angeht. Die Vorteile sind, RAID-Systeme sind performanter, sie haben mehr Speicherplatz, also Kapazität und entsprechend die Zuverlässigkeit von den Systemen. Und außerdem, also das ist ein bisschen Richtung Zuverlässigkeit, verkraftet so ein RAID-System den Ausfall einzelner Festplatten. Und deswegen auch nochmal gesagt, also ein RAID-System ist kein Backup, aber es federt eben so eine systematische Auswahl von der Platte ab. Wenn so eine Festplatte kaputt geht in einem RAID-System, das schauen wir uns auch gleich noch an, wie das grob funktioniert, dann können die Daten, die sie da verloren haben, wiederherstellen. Das Interface für ein RAID-System, also für das Dateisystem, sieht aus wie das für eine einzelne Festplatte. Aber warum eben, warum das keine einzelne Festplatte ist, das klären wir später noch. Bei einem Request muss jetzt das Betriebssystem, oder durch das Betriebssystem, muss das RAID-System ermitteln, auf welche Diss, das sind ja dann mehrere, zugreifen sollen. Beziehungsweise abhängig vom RAID-Level auch ermitteln, auf welche Diss-Zugriffen werden sollen. Und da die Daten ja auf mehreren Diss verteilt sind, müssen dann auch mehrere physikalische IO-Zugriffe, pro logischem IO-Zugriff, stattfinden. Und das schauen wir uns gleich noch an. Und weil das hier schon diskutiert wird, also gerade mit RAID 1 und RAID 0 hat nicht mehr Speicherplatz, schauen wir uns gleich an, auch die Vor- und Nachteile. Wir gehen auch nicht alle RAID-Systeme durch. Wir haben zwar exemplarisch vier rausgegriffen, die wir da durchsprechen, damit man dann Eindruck bekommt, wie das aufgebaut ist. Es gibt verschiedene Charakteristika, die wir uns mal anschauen. Und das eine ist die Kapazität. Das heißt, wie kann ich so ein RAID-System eigentlich evaluieren? Und bei Kapazität sprechen wir davon, wie viel effektiver Speicherplatz ist verfügbar. Das heißt, wenn ich N-Diss habe, mit jeweils B-Blöcken, also wie viel kann ich an der Stelle verwenden? Dann, was haben wir noch? Genau, ohne Redundanz sind das ja immer N mal B, also N-Diss mal B-Blöcke. Das ist das, wenn Sie einfach mehr Diss zum Beispiel jetzt irgendwo reinstecken würden. Wenn wir zwei Kopien halten, also Spiegeln, also English Mirroring, dann wären das eben dementsprechend N mal B halbe. Dann habe ich eben nur den halben Speicherplatz zur Verfügung. Und verschiedene RAID-Level, die liegen irgendwo dazwischen. Ja, vor und bis lässt sich das dementsprechend berechnen. Und da schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie das aufgebaut ist. Das zweite ist noch die Zuverlässigkeit. Und zur Vereinfachung heute gehen wir von einem ganz, also wirklich nur von einem einzigen Fehlermodell aus. Und zwar, wir gehen davon aus, dass N-Diss komplett ausfällt. Das ist ein sogenannter Fail-Stop. Es gibt noch andere Varianten, die abgefedert werden können, aber die schauen wir uns in dem Rahmen gar nicht an. Das beiden, genau, gehen wir noch davon aus, dass der RAID-Controller diesen Ausfall auch feststellen kann. Also das ist ganz wichtig. Ich muss ja sehen, dass dieser Fehler stattfindet oder passiert ist. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie viele Diss können eigentlich ausfallen, dass ein jeweiliges RAID-System immer noch funktionsfähig ist. Und den dritten Aspekt, den wir uns anschauen, ist die Performance. Die ist nicht immer einfach zu bestimmen. Wir gehen jetzt auf die nächsten Folien auch nicht ins Detail rein, wie das berechnet ist. Ich verweise dann ein paar Mal auch auf das Buch, wo Sie dann sich bitte einfach entsprechend nochmal die Rechenbeispiele nachlesen. Die sind recht gut ausgeführt, aber ich dachte, das ist relativ langweilig, wenn wir das hier auch nochmal komplett durchrechnen. Die Performance hängt immer vom Workload ab. Das heißt, wie hoch ist die Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und natürlich auch, es hängt von den Discs ab, die man einsetzt. Das haben Sie vorher oder in dem Kapitel vorher schon gesehen. Wenn Sie natürlich langsame Discs einsetzen, dann wird natürlich auch das komplette RAID langsam. Und wenn Sie unterschiedlich Discs einsetzen, dann ist es eben auch so, Sie hängen im Endeffekt von der langsamsten Discs in dem System ab. Und dann fangen wir mal an mit RAID Level 0. Die Basics. RAID Level 0 hat keine Redundanz. Was Sie aber machen ist, Sie können mehrere Discs nutzen, um die Kapazität zu erhöhen. Auf Englisch nennt sich das dann Stripping. Und da gibt es die ganz einfachste Form. Die Blöcke werden über die Discs verteilt. In dem Bildchen haben Sie jetzt die Discs 0, 1, 2 und 3. Also wir haben hier vier Discs. Und jetzt habe ich eben den Block 0 auf der ersten Discs, dann auf der zweiten Discs den Block 1, den Block 2 auf der dritten Discs und auf der vierten Discs haben wir den 3er. Und dann fangen wir vorne wieder an. Und warum mache ich das? Also ich könnte jetzt auch sagen, ich packe die Blöcke nacheinander erstmal auf Discs 0, dann auf Discs 1. Hier ist so ein Performance Aspekt. Und zwar, wenn ich sequenziell lese oder schreibe, dann kann ich auf diese vier Discs parallel zugreifen. Also wenn ich jetzt ein Stripe lese, also über alle vier Discs die Blöcke rauslesen würde, das nennt sich übrigens Stripe, dann können Sie das auf allen vier, auf allen vier Platten gleichzeitig machen. Genau. Nicht Stripping, nur 1P. Genau. Dankeschön für den Hinweis. Genau. Daran denken, E-Mail schreiben, Gummipärchen einsacken an der Stelle. Also das war mal die einfachste Form. Jetzt kann ich hingehen und sagen, naja, ich packe vielleicht doch mehrere Blöcke auf den Discs, also nicht nur einen. Und hier habe ich zum Beispiel zwei 4kb Blöcke genommen, bevor zunächst ein Discs gesprungen wird. Das heißt, ich habe hier eine Chunk Size von 8kb, also zwei Blöcke auf 4kb, die sich auf einer Discs befinden, also 0 und 1 liegen auf der 0er, dann 2 und 3 auf der 1er, 4 und 5 liegen auf der 2er und 6 und 7 liegen hier auf der 3er. Das heißt, ein Stripe besteht hier immer aus 4 mal 8kb, also insgesamt 32kb. Performance Ausflugung an der Stelle ist, wir haben kleine Chunk Sizes, oder andersrum, haben wir kleine Chunk Sizes, dann müssen Sie ja die Dateien über viele Discs verteilen. Und habe ich große Chunk Sizes, dann verliere ich diese Intrafile-Parallelität, wird das genannt. Das heißt, dann würde hier vielleicht eine Datei nur auf einer Discs liegen und wenn ich die lesen würde, verliere ich diese Parallelität. Dann kann ich nur von allen Discs auf einmal lesen. Das heißt, ich muss mir eigentlich immer so ein bisschen für den Einsatz weg überlegen, wie groß mache ich diese Chunk Sizes. Habe ich viele große Daten, die ich ablege? Habe ich kleine Dateien, die ich ablege? Und das ist recht schwer zu bestimmen und die klassische Antwort an der Stelle ist immer, it depends. Dann bei Rate 0, die Kapazität. Bei N-DIS mit je B-Blöcken haben wir bei Rate 0 im Prinzip ein perfektes Ergebnis. Also N mal B, wir können die komplette Menge an Daten nutzen. Von der Zuverlässigkeit her ist es eigentlich perfekt, was die Auswahl wahrscheinlich angeht. Und zwar bei einem Fehler sind die Daten alle futsch. Und zwar perfekt futsch. Bei der Performance ist es so, bei einem Zugriff auf einen einzelnen Block sind sie vergleichbar mit einer einzelnen Discs. Bei einem sequentiellen Zugriff haben sie die volle Parallelität, weil man eben auf alle Discs gleichzeitig zugreifen kann. Bei einem wahlfreien Zugriff berechnet sich das mal mit N-DIS, mal R. und R ist die Menge der Daten geteilt durch die Zugriffszeit. Megabyte pro Sekunde, also das ist die Formel, die dahinter steht. Da ist er auf einer halben Seite detailliert in Kapitel 38, 4 aus dem Buch berechnet oder gezeigt, wie sie auf den Wert kommen. Das an der Stelle genau. Dann schauen wir uns mal noch an Rate 1 als Mirroring. Da gehen Sie hin und sagen, jeder Block wird im System auf eine andere Discs kopiert. Das heißt, hier haben Sie auch wieder vier Discs und der Nuller, der liegt auf 0 und 1, der 1er liegt auf 2 und 3. Dann haben Sie, ja da ist noch ein Fehler passiert, genau das ist die 2 und die 2. Also die 0 und 1 müsste dann die 2 haben, die 3 liegt auf der 2 und 3. Da sehen Sie, es ist immer gespiegelt bis da, wo der Fehler passiert ist. Da gibt es zwei Varianten. Das gibt einmal das Rate 1, 0 und 0, 1. Und die einfache Variante, das 1, 0, das nutzt einfach gespiegelte Paare von Discs. Das ist genau das Beispiel hier. Das heißt, wir haben hier die 0 und 1 ist gespiegelt und die 2 und 3 ist gespiegelt. Und dann können Sie alternativ noch so ein Rate 0, 1 erstellen. Da bauen Sie dann erstmal zwei Rate 0 Arrays auf, das heißt das, was wir vorher hatten und spiegeln das komplette Array. Das sind die beiden Varianten, die es an der Stelle gibt. Das ist meistens, wenn Sie irgendwann mal ein Rate 1 einrichten auf einem System, das es unterschützt, dann werden Sie genau danach gefragt, welche Variante Sie entsprechend wollen. So, wenn wir das mal analysieren. Kapazität, es wird nur die Hälfte der Daten genutzt, weil wir alles eben spiegeln. Und damit ist es relativ teuer, also doppelt so teuer, als wenn Sie nur eine Platte drinstecken hätten. Der Ausfall von einer Disk wird verkraftet. Und wenn Sie sich das Beispiel vorher mal anschauen, dann verkraften Sie sogar den Ausfall von zwei Discs. Und zwar, wenn wir uns das Bildchen anschauen, es könnte hier als Beispiel die Disk 0 kaputt gehen. Wir haben noch immer alle Daten auf der Disk 1 und es könnte auch noch die 2 kaputt gehen. Dann haben wir nämlich noch immer alle Daten auf der Disk 3. Kleiner Tipp, da sollten Sie bitte nicht drauf wetten, weil Sie wissen nicht, also zum Beispiel, wenn die erste Disk kaputt geht und sagt, ja, da kann ja noch eine kaputt gehen. Es könnte aber auch dummerweise die 1 kaputt gehen. Und dann wäre zumindest die Hälfte der Daten komplett weg. Also an der Stelle schon mal ein Problem. Und wenn Sie jetzt daran denken, wenn diese Blöcke eben entsprechend verteilt sind über die Disk, dann haben Sie wieder den Fall von vorher. Sobald dann 0 und 1 kaputt sind, dann fehlen Ihnen hier die kompletten Daten und damit ist das komplette Ding wieder im Eimer. Also, sobald da eine Disk kaputt geht, möglichst schnell ersetzen. Auch hier wieder von der Performance. Wir sind vergleichbar bei den einzelnen Leseoperationen mit einer einzelnen Disk. Bei einem Schreibzugriff allerdings, da müssen zwei parallele physikalische Schreiboperationen durchgeführt werden. Und im Worst Case warten Sie da auf den langsamsten Schreibprozess. Das kann bei baugleichen Platten am Rotation Delay liegen. Wenn Sie aber eine extrem langsame Platte drin haben in so einem Array, dann kann es durchaus sein, dass Sie immer auf die langsame Platte warten müssen. Dann haben wir noch sequentielle Schreib- und Leseoperationen, die dauern 0,5 mal S, wobei das S an der Stelle die Menge der Daten durch den Zugriffszeit ist für sequentielles Lesen und Schreiben. Das heißt, da haben wir immer die Hälfte des Höchstdurchsatzes. Warum? Weil wir schreiben auf zwei Platten. Und bei einer wahlfreien Leseoperation, also bei einem Random Access, haben wir eigentlich beim Lesen n mal r, also die beste Operation für ein RAID 1, wobei eine Schreiboperation bei einem Random Access mit n halber wesentlich weniger geeignet ist. Auch da wieder, weil ich zwei physikalische Schreiboperationen simultan durchführen muss. Also ich habe nur die halbe Bandbreite zur Verfügung, weil ich auf zwei Platten schreiben muss. Auch da wieder eine ausführliche Berechnung können Sie im Buch nachlesen. Dann, also es gibt noch zwei und drei. Wir springen hier direkt zu einem RAID 4. Von den Grundlagen her, wir verwenden hier sogenannte Paritätsbits. Und das ist das, wo wahrscheinlich die meisten die RAIDs kennen, auch wissen oder kennen, wie das funktioniert. Das benötigt weniger Speicherplatz als eine gespiegelt Platte. Allerdings auf Kosten der Performance, weil da müssen Sie ein bisschen mehr rechnen. Und zwar, was macht man? Man geht hin und nimmt dann in dem Beispiel zum Beispiel die ersten drei DISS, wo Sie die Daten ablegen. Und auf einer vierten DISS werden nur die Paritätsbits abgelegt. Und die ermittelt man mit einer ganz einfachen XOR-Funktion. Das wird wahrscheinlich erst in, jetzt überlege ich gerade, vielleicht in der theoretischen Informatik drankommen. Oder war XOR schon dran im eigentlichen Kurs? Also wenn jemand vom, ich hoffe, da ist der eine oder andere vom Kurs dabei heute. XOR-Funktion waren die offiziell schon dran. Erklären tue ich es eh nochmal. Also waren dran, klar, alles klar. Dann verstehen Sie die Zeile auf jeden Fall. Also wir haben hier vier Spalten, Kallum 0 bis 3. Und wenn ich da drüber ein XOR laufen lasse, dann bekomme ich als Paritätsbit an der Stelle 0 raus. Und wenn ich über die zweite Zeile das laufen lasse, dann bekäme ich eben die Ions raus. Und das sind die Bits, die speichere ich auf die DISS 4. Und wenn ich mich jetzt nicht vertue, da dürfen Sie mich auch gerne korrigieren, ist ein RAID 3 genau das, wenn es auf Bitweiser Ebene funktioniert. Jetzt habe ich hier schon RAID 4 geschrieben. Warum? Oder wir gehen erst nochmal auf das Parity-Bit ein. Genau, also da gibt es eine sogenannte Invariante. Das heißt, pro Zeile haben Sie immer eine gerade Anzahl von Einsen, einschließlich des Paritätsbits. Es gibt bei XOR übrigens auch immer diese, ich glaube, Even-and-Odd-Parity, also je nachdem, auf was man sich einigt. Hier ist es eben immer die gerade Zahl an Einsen. Und das muss das RAID sicherstellen. Also da muss sich das RAID drum kümmern. Bei einer Auswahl von irgendeiner Zeile C, also egal welche das ist, kann das eben entsprechend wieder hergestellt werden. Und wie? Ich führe einfach das XOR auf den verbleibenden Spalten aus. Und da springe ich nochmal zurück. Da ist egal, welches dieser Bits da unten fehlt, ich kann an der Stelle immer ein XOR ausführen und ich bekomme dann das Korrekte wieder raus. Das heißt, egal welche Platte ausfällt, ich kann diese Platte wieder herstellen. Und das ist genau das, was bei so einem RAID passiert. Wenn eine Platte kaputt geht, Sie ziehen die raus, Sie stecken eine neue rein, dann sagt das System in der Regel, das RAID wird neu aufgebaut. Und dann wird wirklich bitweise durchgegangen, bis die Platte wieder aufgebaut wird. Und da nochmal ein kleiner Exkurs an der Stelle, was bei einem RAID-System gerne passiert. Wenn Sie RAID-Systeme verwenden, zum Beispiel in Asan oder in so einem NAS-System, und es geht immer eine Platte kaputt, dann stecken Sie eine neue Platte rein. Und jetzt passiert etwas ganz Doofes. Und zwar, um dieses RAID wieder aufzubauen, müssen die anderen Platten, gehen wir mal hier von vier Platten oder von fünf Platten aus, in den Beispielen, dann müssen die anderen fünf Platten vom ersten Bit bis zum letzten komplett durchgelesen werden, weil Sie müssen ja jedes Bit neu aufbauen. Und da kommen Sie manchmal an Stellen an der Festplatte, wo die Platte nicht mehr funktioniert, wo Sie die Daten nicht mehr lesen können. Und dann kommt es manchmal, teilweise auch mechanisch dazu, dass die Platten genau bei diesem Lesevorgang ausfallen. Das heißt, während Sie das RAID aufbauen, geht Ihnen eine zweite Platte kaputt. Und dann haben Sie halt gelitten an der Stelle. Und deswegen brauchen Sie dann ein Backup, das Sie entsprechend wieder einspielen können. Und deswegen habe ich auch gesagt, ein RAID ist kein Backup, weil gerade gerne bei so einem RAID-Aufbau Platten kaputt gehen. Persönliche Erfahrung, dreimal in meinem Leben habe ich ein RAID komplett neu aufbauen müssen. Zweimal davon ist mir da eine alte Platte um die Ohren geflogen. Deswegen bin ich irgendwann auch hingegangen und habe bei einem Platten tauscht, tausche ich immer die alle Platten aus. Auf der anderen Seite gibt es auch eine, oder gab es mal vor ein paar Jahren, eine Studie von Google. Wir haben ja relativ viele Platten in den Rechenzentren, wo rauskam, Sie können gar nicht sagen, wann eine Platte kaputt geht. Also es gibt Platten, die stecken sie rein, die laufen quasi ewig. Und es gibt Platten, die stecken sie rein, die fallen nach einer Woche schon aus, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, da kann man gar nicht drauf gehen, dass dann Platten entsprechend altern oder neue Platten länger halten. Auf jeden Fall hat man das und genau so funktioniert dann eigentlich ein RAID 3. Da dürfen Sie, wie gesagt, Sie müssen mich gerne korrigieren, wenn ich das durcheinander bringe. Und jetzt kann ich eben entsprechend hingehen und sagen, ich mache das auf ganzen Blöcken. Und da gehe ich einfach hin und wende das XOR auf einem ganzen Block an, und zwar bitweise. Das heißt, wenn ich hier diesen Block 0, 0, hier 1, 0, hier 1, 1, hier 1, 0 habe, dann fällt als Paritätsblock hinten eben auch hier die 1, 1 raus. Das sind dann immer die ersten Bits und die zweiten Bits und in der Zeile genauso. Und dann bekomme ich eben einen kompletten Block und dieses Block-Wire ist genau das, wie so ein RAID 4 System entsprechend funktioniert. Wenn wir uns das nochmal anschauen, in RAID 4, da haben wir eine Disk für die Paritäten. Das gibt dann so eine Gesamtkapazität, von N-1 mal Multi-Byte. Dann haben wir von der Zuverlässigkeit haben wir, da steht noch RAID 1, also wie bei RAID 1 können wir quasi eine Disk darf bei uns ausfallen, solange können wir uns das noch aufbauen. Dann von der Performance ist es so, dass Sie beim Lesen alle Disks lesen können und damit eben einen Maximaldurchsatz von diesen N-1 mal S haben. Das S wird wieder wie vorher berechnet. Und dann gibt es noch was, das nennt sich ein Full-Stripe-Write. Und da wird so ein kompletter Stripe auf einmal beschrieben. Und der Paritätsblock kann dann nämlich direkt mitberechnet werden und auch geschrieben werden. Das heißt, alle Schreiboperationen inklusive dem Paritätsblock findet auf einmal statt. Und das ist eigentlich die effizienteste Schreiboperation im RAID 4. Die effektive Bandbreite bei so einem sequentiellen Schreiben ist ein N-1 mal diese S. Und wenn Sie bei einer wahlfreien Leser-Operation sind, dann liegen wir da bei N-1 mal R. Und das R ist wieder eben dieser Durchsatz bei Random-Access-Operationen. Und was eigentlich ganz interessant ist, ist eben dieses Stripe-Write, oder Full-Stripe-Write, weil man das eben auf einmal machen kann. Das Problem ist dann eher, wenn ich einen einzelnen Block schreibe, also auch wirklich nur auf einer Platte was schreibe, und dann gibt es zwei Varianten, die ich Ihnen noch vorstellen möchte. Das eine ist Additive Parity. Ich habe jetzt die deutschen Begriffe nicht gefunden, deswegen habe ich da die englischen gelassen. Also das eine ist Additive Parity. Da werden alle bestehenden Blöcke parallel gelesen. Und dann mit dem neuen Block wird ein XOR gemacht. Und dann schreiben Sie nur den Paritätsblock und den neuen Block hin. Aber dafür muss ich eben überall einmal rauslesen. Und dann gibt es eine zweite Variante. Subtractive Parity. Und da wird erstmal nur der alte Wert gelesen. Und der wird dann mit dem neuen Wert verglichen. Also alter Block wird gelesen, neuer Block wird gelesen. Und wenn die gleich sind, dann muss das Paritätsbit ja nicht geändert werden. Und falls doch, muss das Paritätsbit nur gekippt werden. Jetzt ist es aber so, dass bei ganzen Blöcken, bei 4KB-Blöcken, wie bei dem RAID-4-System vorhin, sind das 4096 mal 8 Bit, die da verglichen werden müssen. Und das heißt jetzt wieder davon ab, welches Verfahren Sie setzen, hängt sehr stark davon ab, dieses typische It-Depends. Manchmal ist es schneller, Sie lesen diesen kompletten Stripe und vergleichen das. Und manchmal ist es eben schneller. Man vergleicht das nur auf diesem Block. Auf jeden Fall wird dieses Paritätsbit oder dieser Paritätsblock und damit diese Paritätsdisk immer zum Flaschenhals. Weil auf die wird ja immer zugegriffen. Egal, quasi egal, auf welche Disks Sie an der Stelle eigentlich schreiben wollen. Und deswegen haben wir hier noch einmal das RAID-5 zum Abschluss. Und das nennt sich dann Rotating Parity. Und grundlegend ist es gleich zum RAID-4. Allerdings verschieben sich die Paritätsblock über die verschiedenen Distance-Szenen. Da habe ich den Paritätsblock auf der 0. Dann habe ich den im nächsten Stripe auf der 3er. Auf dem 2er habe ich den 2er. Und so läuft das einmal durch alle Platten durch. Vom Prinzip ist es immer noch gleich. Also identisch. Die Platte kann immer noch ausfallen und ich kann diese Platte wieder komplett durch die anderen Daten herstellen. Aber ich muss jetzt nicht mehr zur Berechnung von dem Paritätsbit immer auf eine Platte zugreifen. Sondern das verteilt sich eben entsprechend auf die verschiedenen Platten. Und damit beseitigen wir erst einmal diesen Flaschenhals in den RAID-System. Wenn ich mich nicht täusche, waren das auch schon. Und wir sind zeitlich auch ein bisschen drüber. Genau. Sind das so die RAID-Systeme, die ich Ihnen ganz grob mal vorstellen wollte heute. Da geht es noch ein bisschen mehr in die Details rein. Wie gesagt, vom Anprogrammieren aus Betriebssystemsicht erscheint Ihnen ein RAID-System immer wie eine einzelne Festplatte. Also wer das kennt, da vielleicht Files schon mal gemountet hat oder Ordner gemountet hat auf einem RAID-System. Da merken Sie erst einmal gar keinen Unterschied. Da muss ich wirklich das RAID-System selbst mit einem eigenen Controller immer drum kümmern, wie das funktioniert. Die meisten Werte sind da absolut identisch zum RAID-4-System. Nur wahlfreie Leseoperationen sind etwas besser, da Sie ja jetzt plötzlich alle Disks nutzen können, parallel. Und dann ist es jedoch so, dass bei einer wahlfreien Schreiboperation, das ist, Sie schreiben irgendwo auf irgendeine Platte hin, das verbessert sich merklich. Da jetzt nämlich wirklich alle Requests auf die Platten parallel ausgeführt werden können, also nicht mal auf diesen einen Flaschenhals von dieser Paritätsdisk an.